Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ein neuer Vlog, kurzes Intro, es geht heftig viel ab, es gibt eine Benefitveranstaltung von meiner Krankheit, ich werde euch noch ein bisschen das Zelt zeigen und so weiter. Dann wird wieder Wein getrunken, später in die Discord gegangen, alles hier in diesem Vlog. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, danke für die nice Rückmeldungen auf das letzte Video. Danke vielmals und viel Spaß mit diesem Video. Vielen Dank. So Leute, wie man sieht, das Osterfeuer ist schon abgebrennt, abgebrannt. Wie man sieht, es brennt nicht mehr so viel. Das Fest ist noch voll im Gange, wie man sehen kann, im Hintergrund mit dem Rauch geht das Zelt. Schaut mega nice aus, im Hintergrund unserer Ort, es ist noch ziemlich viel los. Später geht es dann weiter in die Osterkreuz-Diskor, in den Nachbarort. Ja, dort wird dann wieder ein bisschen Alkohol verkonsumiert, aber ja, es ist richtig nice. Hier fährt jetzt irgendwie ein Gerät und schiebt das Ganze rüber. Es schaut ganz nice auch schon. Und man sieht sich dann später drüber fest. Ich glaube, es ist schon ein bisschen Alkohol verkonsumiert, aber Jägermeister, der jetzt sehen kann, das Holz wird jetzt hier ins Feuer geschoben, damit das besser weiter brennt und alles richtig abbrennt. Hier mit so einem großen Gabelstapler. Die Glut fliegt auch überall. Ich schau hier zu. Die Glut ist gefährlich, muss man aufpassen. Aber ja. So, wir sind jetzt hier bei einer Disco. Und es ist absoluter Crapshit. Nur Scheißmusik. Und wir fahren jetzt gleich weiter. Ich fahre jetzt gleich weiter nach Larsen. Also nach Tischenweder, weil hier ist einfach nur heute so. Hier wird nur Schlager gespielt. Und bei uns im Dorf ist auch eine Disco heute. Und da ist Techno, Hardcore, Rap und so weiter. Und ja. Und hier sind entweder nur alte Leute oder 14-jährige Scheißer. So, Basti, was sagst du zur Musik? Scheiße, scheiße. Buller Dreck. Buller Dreck. Fahri, was sagst du zur Musik? Scheißdreck. Ich brauche Techno. Ja. Leben ohne Techno, keine Sitzung. Real Talk, Fahri, Real Talk. So Leute, danke fürs Zuschauen vom Video. Ich bin übelst heißer, verkühlt. Ich habe Husten. Völlig Ende bei mir. Wir haben es vier Uhr morgens. Danke fürs Zuschauen. Danke für den Support aufs letzte Video. Lasst ein Like, ein Abo da. Macht's gut. Danke an meine Katharin. Und bis zum nächsten Vlog. Mit besserer Stimme hoffentlich. Macht's gut. Ciao. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.